Es ist ein bisschen warm hier. Wo bin ich? Das ist das Museum von meinem sozusagen Schwiegerpapa, der sammelt Dinge. Guck doch. Ja, ich sammle Töne, er sammelt Dinge. Wohl an nicht. Erkennt ihr die Stelle wieder? Na ja, wir arbeiten dran. Habt ihr schon mal eine Hecke geschnitten? That's the way we do it. Also ich stelle fest, das ist ja schon ein Wechselwort der Gefühle, diese ganze Corona-Zeit. Ich habe diesen Auftritt jetzt vor Augen und bin total motiviert dafür. Als der Auftritt noch lange weg war, als noch viele Wochen davor lagen, dachte ich so, ach, warum überhaupt sich nochmal quälen, nochmal anstrengen, nochmal üben. Vielleicht sollte ich das sogar ganz sein lassen. Wechselbarte Gefühle. Erstmal wieder reinkommen in die Querflöte. Und hier soll die Öffnung sein. Mittig und nicht seitlich. Ich hänge gerne nach rechts. Sehr unangenehm am rechten Ohr. Kein Druck. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr pausiert. Na. 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 Na ja, wir werden immer besser. Üben dł睡st. Moving Progress. Nein, das sind zwei. Nein. No. Na ke la. Mein Gott. Ha! ... ... ... Ja! Man sollte das einmal durchklatschen! Auch wenn du glaubst du bist im Tiempo, ... ... ... Noch mal drunter. Mach die Sache übersichtlicher. So, anderes Tempo. Langsam macht sicher. Eins, zwei, drei, eins, zwei, eins, zwei, drei. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Day three. Working on some stuff. Day 4 Und dann wummt wohin? 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 Und dann wummt wohin?